Der zweite Teil, der beginnt etwas komplizierter. So, so, zweimal jügeln und noch etwas stimmt nicht so ganz. Und schon wieder etwas vertauscht. So, jetzt aber Jürgen, oder? Jürgen, ich schlauf gerade. Sag dir mal, was ist denn da los? Liebes Publikum, ein Dreifachdonner aus Örnstein. Es ging munter weiter mit dem dritten DFA-Block, mit unter anderem dem Karnevalsverein aus Pirmasens. Und der KC Rot-Weiß Kaiserslautern war auch dabei. Und nun ein junger, aber toller Auftritt. Ich stehe hier, schaue nur rechthin, als Hobbititz Märchenprinzessin. Alle, 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 alle! Es war nicht mehr so ganz jung, aber auch ganz toll. Am Anfang wird der Stab aufgestummt. Und im Saal wird schon das Bier abgebummt. Vier, sov, nix fress. Bis zwischen, ich kann's euch sagen, macht uns der Zorris nimmig an. Jeder ruft sein Schlachtruf, um sich überhaupt noch zu erkennen. Trilau, Pilau, Alhoff, Kalau, Helau, Kalau, 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 und Zickzacke, hei, hei, hei. Das war's dann endlich. Dann ist es vorbei. Und zum Abschluss von unserer Pittenregel sind wir normal immer ein Lied. Aber der Dau ist noch voll. Und du bist noch nie. Und fahr die nächste 66 Uhr, alles Gute. Tschüss und... ...Au! Auch die Senasgade präsentierte sich sehr kreativ voll. Und dann kam unser Präsident ins Schwärmen, aber... Du hast da Andrea so nicht gesungen und hast vorgetragen. Stopp, 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 stopp. Unabhängig und korrekt. Du, mir als ich jetzt einen Prozess mache... Einen illegalen Umzug hätten Sie angeführt... Sie haben schwer gestört die nächtliche Ruhe! Beweismaterial gab es wohl genug, wie man ja sehen kann. Du hast einen Geschwist, die kommt ja jetzt von Mr. Molotov. Das heißt, an jeder Tor kommt schließlich nur eine 66. Schade. Oh! Schuld ist... Schuld ist... Schuld ist... Schuld ist... Oh! 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 Schön, dass ihr alle hier wart. Dankeschön und auf Wiedersehen. Mädels, euer Fazit bitte. Wir fanden den Abend gut und es hat uns richtig gut gefallen. Ja, mir hat es auch richtig viel Spaß gemacht. Wir auch. Ja. Ja, ihr Lieben, dem ist nichts mehr hinzufügen. Die Fasnacht ist stressig, aber es ist ja auch nur Emo im Jahr. In diesem Sinne, bis zur nächsten Sitzung. Rallau.